Was ist gerecht? Der polnisch-belgische Jurist, Moral- und Rechtsphilosoph Rhein-Perlmann unterscheidet sechs Gerechtigkeitsformeln. Nach der Formel jedem das Gleiche müssen alle Menschen gleich behandelt werden, völlig unabhängig von individuellen Besonderheiten, durch die sie sich unterscheiden. Nach der Formel jedem gemäß seinen Verdiensten bekommt jeder das, was er verdient. Diese Vorstellung finden wir in vielen Religionen, beispielsweise in der Vorstellung vom jüngsten Gericht. Nach der Formel jedem gemäß seinen Werken wird nur das Ergebnis der Handlung berücksichtigt. Nach der Formel jedem nach seinen Bedürfnissen müssen alle lebenswichtigen oder für ein menschenwürdiges Leben notwendigen Bedürfnisse des Menschen befriedigt werden. Nach der Formel jedem gemäß seinem Rang werden Menschen je nach ihrem Rang oder ihrer Zugehörigkeit zu einer bestimmten gesellschaftlichen Gruppe unterschiedlich behandelt. Und nach der Formel jedem gemäß dem ihm durch das Gesetz zugeteilte, bedeutet Gerechtigkeit, sich an die Regeln des geltenden Rechtssystems zu halten. D D D Vielen Dank.